Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH2605. Nach ein paar Problemen hier bei League of Legends bin ich jetzt nun endlich drin. Zusammen mit dem Nikola... Ich ziehe mir das Dorsch gebrennt, ey. Der Aff. Ähm, ja. Im Team haben wir den Blitzkrieg, den ich als Supporter spiele. Dann haben wir die V auf der Top-Lane, die Wukong, die Katarina in der Mid, die Caitlyn als ADC. Ich skill jetzt hier mal schön die Q. Die haben die Map hier wieder schön überarbeitet, andere Sachen reingefügt. Es ist ein LOL-Patch rausgekommen, also die Zeichen sehen jetzt hier anders aus. Ähm, mal gucken, Blitzkrieg sieht aber hier noch in-game wie früher aus. Äh, die haben jetzt hier so Zeichen noch gemacht, wie die jetzt in den Himmel leuchten. Ähm, neuer Patch natürlich, soll ich mir uralte Münze kaufen, weil das ist Startguide, äh, Startgegenstände. Jo. Äh, ja, okay, dann kaufe ich noch einen Heiltrank. So, ich soll da helfen, na gut, na gut. Dann kaufe ich mir noch den Abwehrtotem. Ähm, wie gesagt, ich spiele jetzt Blitzkrieg zum zweiten Mal. Ähm, sorry. In... Mit Props. Ähm, ich spiele jetzt Blitzkrieg zum zweiten Mal. Ich habe jetzt als erstes die Qs geskillt, natürlich als Quabbing. Dann wird als nächstes die, ähm, E gekrabbt. Äh, die, die E natürlich... Ach, was laber ich da, die E gekrabbt, Alter, da können wir schon wieder durchdrehen. Äh, die E geskillt. Mal ein bisschen verwirrt, ja? Ähm, was ich aber jetzt schön finde, sind die neuen Zeichen. Hier auf der Map ist mal wieder was Abwechslungsreiches. Und der Wukong hat eine ekelhafte Bot Lane. Warum hatten die wie kein Smile dabei? Kannst du mir das mal erklären? Hast du da auf, oder? Doch, jetzt hat sie es dabei. Vorhin hatte ich aber irgendwas ausgesehen. Okay. Alles klar, ich nehme alles zurück. Äh, aufpassen hier. Ähm, nehme jetzt mit 60 FPS auf. Ich glaube, das kann aber auch ab und zu mal ein bisschen schwanken. Zwischen 40 und 60 FPS. Because, ähm, rendern. Ich rendere hier gerade 1,2 TB. 6 Stunden Watch Dogs aufgenommen. Läuft auf jeden Fall. Ja, das müssen wir noch über. Ja, du kannst halt nicht durch Minions, ne? Ja, das habe ich gerade gemerkt. Nein. Ich hab dir jetzt ein Last geklaut, du Aff. Ich krieg's sowieso schon, ich bin so schlecht. Oh mein Gott. Läuft aber jetzt die FPS-Zahl? Läuft alles flüssig? Ja, 30. Aber hast du dein PC jetzt nochmal neu aufgesetzt eigentlich? Ey, da steht auch noch ein Minion davor, Alter. Der Aff. Mit W kann ich ja schneller rennen, ne? Und mit E mach ich die so. Wenn die Spiele sind, halt. Ja, ich gleich gleich für die Zuschauer, du Aff. Ähm. Mit W kann ich dann schneller rennen. Bin ich dann ein Blitzflitzer, Alter. Und mit E kann ich so einen elektrizierenden Schlag machen, wo dann nochmal gut Damage macht. Und meine Ulti macht dann so Flächenschaden rundherum um mich. Äh, rasten dann die Blitze aus. Ich meine, Blitzgecker und Weiss könnten sich zusammentun. Wo hatte man irgendwas letztens mit Blitze um sich schlagen? Du hast doch auch gesagt, der Reiss macht so irgendwie. Ja, irgendwas. Ich weiß noch mehr genau. Äh, du hast... Oh, shit. Ähm. Ich geh mal kurz in den River Warden. Hä? Daher haben die Soraka neu gemacht. Äh, die haben die, glaube ich, gepatcht. Ein bisschen. Die haben so viele Champions gepatcht. Ähm. Auch ihr, ihr, ähm, Aussehen im Ladescreen wurde verändert. Wukong hat auch einen anderen Ladescreen. Sion wurde auch nochmal überarbeitet. Ich hab mir nämlich mal ein bisschen die, ähm, Patchnotizen, äh, überarbeitet. Ich glaub, der hat jetzt irgendwie mehr Leben bekommen, der Aff. So dass er noch Anspruch oder geschmacksvoller gemacht wird. So steht's zumindest in den Patchnotizen. Die hat hier gerade reingewordert. Hier, hier, hier. Oh, du Affe. Ich hab doch hochgeschossen. Die hab ich aber gut gekrabt, ne? Das musste, muss ja alles sein. Wie gesagt, ich blitzkrieg zum zweiten Mal. Hier innerhalb von fünf Minuten noch nicht mal gestorben. Es war beim letzten Game anders da. Da hat mich einfach der Gegner blitzkrieg gegrabt und ich konnte nix mehr machen. Dann ist einfach der AD Carry draufgegangen. Und ich steh'n da so frei. Guck mal, hier. Sion, grab. Mach die mit ihrem Scheiß-Heal, Alter. Meine Craps sind bisher gut. Einmal gefehlt. Aber es kann ja passieren. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, shit, 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 oh, shit. Jetzt hätte ich... Wenn ich jetzt meine Q hätte, hätte ich disse einfach unter den Towerumen müssen, Alter. Nee. Ich maxe erst meine E und dann meine Q und dann meine W, damit ich da sprinten kann. Hier. Sehr gut. Kannst du dich doch auch irgendwie hochwerfen. Du musst es mal direkt danach machen. Wenn du die G-Craft hast. Ja, das mit meiner E mache ich das dann. Ja, dann mach das mal direkt danach. Okay, ich versuch's. Äh, ich glaub das ist meine E, wenn nicht, ist das mit meinem, ne das ist glaub ich mit meiner Ulti. E. Doch, E war's, Entschuldigung, E. Okay, dann mach ich das jetzt. Da. Dein Ernst. Grab da mal rein. Ich hab meine Q grad nicht acht Sekunden erst wieder. Ich hab doch eh meist ge-crapt. Ich mein, so schnell geht es. Miss Rage ist online bei Twitch, auch geil. ne. Eine LOL-Spielerin, die gut hitten zeigt. Hier. Ach, das war meine W, ich aff. Hast du aber wenigstens drauf geschossen, oder? Ja, mal. Schieß immer drauf. So, ich hab mein Q grad wieder in fünf Sekunden, ich grab den dann mal in die Hecke hier, ne. Oh mein Gott, hat hier daneben geworden, die blöde Q. So, ich hab kein Mana mehr, jetzt kann ich leider nicht quäben. Äh, ich brauch 100 Mana. Kauf dir da noch mal Worts. Welche sind denn das, die ist im Auge da, oder was? Kauf dir sehender Stein. Sehender Stein. Gibt's einfach nur so klar, ist dein Geh zurück? Ne, ich geh zu mir nicht zurück, ich geh. Ja, ein bisschen zurück, halt. Jaja. Soll ich die Urhalte... Ja, doch, da steht's ja. Ich soll die Urhalte Münze ausbauen. Ja. Ich stand später in einem Ei. Aufschiss. Und die Zauber... Schuhe natürlich. Ne, die Zauber... Schuhe der Schnelligkeit, oder so. Die Wix-Schuhe, die müssen auf jeden Fall dabei sein. Wenn Blitzkrieg mir so Spaß macht, kauf ich mir den sogar nach Quarki, Alter. Da hab ich einen guten Supporter und einen guten ATC. Mit Ash zusammen, perfekt. Aber erstmal werden die Runen noch ausgebaut. Ich grebe jetzt einfach mal da in die Hecke. Auch nix drin. Ja, und die FPS schwanken gerade ein bisschen. Ja, kann durch das Rendern sein. Ich geh mal kurz back, ne, wenn die nicht da sind. So. Wie heißt das? Sehendes Auge, ne? Sehendes... Sehender Stein. Sehender Stein. Sehender Stein. Evolution geht auf Abklingzeitverringerung. Da kann ich vier Wards platzieren, oder was? Mit diesem sehenden Spasten. Dann brauche ich ja dieses Abwehrtotum-Schmuck gar nicht mehr. Doch, behalte es. Ne, da kann ich doch Speerlinse nehmen. Da kann ich die anderen Dinger enttarnen. Ja, aber so oft bin mir zu gesehen. Doch. So, Ulti is ready. Wir flitzen jetzt mal hier kurz mit meiner W zu dem Nikolas. Was sagst du nur zur neuen Map eigentlich? Keine Ahnung. Gewöhnungsbedürftig. Haben die auch die Tower überarbeitet und die Nexus? Ne, ne, noch nicht. Sieht aber irgendwie neu aus. Oder ich hab da nicht... Doch, die haben die ein bisschen überarbeitet. Die Inhaps auch. Die Inhaps sehen jetzt ein bisschen anders daraus. Mal crap den doch. Jetzt aber komm. Hochwerfen. Werkt die jetzt in der Zeit schon mal? Jetzt hab ich nicht genug Dings für meine Ulti, Alter. Na, jetzt schon wieder FPS abkacka. Ah! Fuck! Ja, ich hab auch grad ein paar FPS abkacka. Das kann auch natürlich schon lol liegen. Äh. Das ist schon mal. Das ist ja einfach immer weg. Das ist ja auch immer weg. Oh Mann, es leckt immer noch. Ich habe jetzt alles rundum gewordet. Ja. Leckt so krass, ey. Bei mir auch ein bisschen gerade. Ach, leck mich doch, ich kann überhaupt nichts kalt machen. Okay, wir sind zurück. Ich grab die jetzt. Hier, hier, hier. Ey, die hat mich festgehalten, sonst hätte ich jetzt meine E drauf gebombt, alter. Okay. 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 Oh, kurz back. Was isch mit dir? Ich habe heute mit Elotrix geskypt wahrscheinlich, oder? Gell, Nico? Mann. Achtung, pass auf! Tu af. Seid auch mit Elotrix gestreamt. Ull. Niko, du bist zerstört. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ach Mann, aber auch nur, weil der mich festgehalten hat. Ja, Ulti, ne? Like, äh, Ulti-Mate, Spangos. Lalalalalala. Ich glaube, da riecht ja elf FPS ein. Mike, solange ich keinen neuen PC habe, soll ich schnell gehen. Doch. Ey, das hat echt keinen Sinn. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen. Das war's für heute. Ich bin auf der absolut niedrigsten Auflösung, das sieht so schallbar aus. Ja gut, ich meine, habe ich gesagt, dass ich umgebracht wurde. Ja gut, ich meine, habe ich gesagt, dass ich mich nicht so schallt, dass ich mich nicht so schallt. Nein, die zerstören uns irgendwie, oder? Nein. Was? Kann ich nicht so schallt. Kann ich halt, ja, ja. Ich spiele echt nicht mehr, Mike, das hat überhaupt keinen Sinn, man. Mir macht's keinen Spaß und ich feed nur. Okay. 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 Niko! Jawohl! Sehr gut! Ich idiote, ich cap jetzt grad ernsthaft mit Minion Niko, Tower! Tower! Nice! Ich hab mein Ulti-Ready, ne? Komm, ich geh noch mit! Ah, warte mal! Oh! 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 Jetzt müssen wir noch ein bisschen zurück, wir haben keine Wards am Beweber, halt dass wir uns ganken. Wir haben eine Wards-Wars-Wars-Wars-Wars-Wars. Wir haben eine Wards-Wars-Wars-Wars-Wars. Wir haben eine Wards-Wars-Wars. 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 Wir haben eine Wards-Wars. Wir haben eine Wards-Wars-Wars-Wars. Wir haben eine Wards-Wars-Wars. wir haben so geändert wieso das hin Alter und damit würde ich sagen sehen wir einfach uns im nächsten Part wieder was war das denn macht's gut ciao Leute